Die Gegner sichern den Bio-Gefahrgutbehälter. Den Gegner von der Sicherung des Bio-Gefahrgutbehälter veranhalten. Ein Gegner verbleibt. Sensor eingesetzt. Von feinkontrollierte Zone betreten. Sofort verlassen. Du bist aufgeflogen. Sofort verlassen. Sofort verlassen. Du bist aufge preciso. Du bist aufgefallen. Das ist Everest für einen Bereich Absatz. Einer hat сюuros zu überlassen. Bandemie eigener Trupp Siegreich, alle Gegner eliminiert Westen Stolz bleiben wir in der Halle sind Ich kann mich nicht weiter betragen Bei mir läuft Julian mit ne zweite Tasche rupf Lull Ich hab noch ne zweite Tasche Hä? Die Killer waren Ich hab halt die sind auch noch gefordert, aber die sind leer Ich hab hier schon geilen Ding, dass ich mit ne zweiten Taschen muss Wechsle das Magazin! Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. War der jetzt nur Band mit dem Frauen? Sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Ich würde mal sagen... Das war mal herz. Wo? Oh, ich zieh besser wieder aus. Ist das so lächerlich? Der stirbt nicht! Hab dich drauf, sie doch nicht! Rauch, lass es! Ach, der soll ja Mutter ficken, Alter! Fünfmal schon gestorben, Alter! Hier ist die erste Runde! Aufs Bild geht! Es sind alle dort! Mindestens zwei! Ok, alle drei stehen in der Zeit, Schatten! Oh, ich zieh gleich raus! Oh, Baby, ja! Hier runter wird nicht. Hat's hier geregnet, Digga? Ja, wahrscheinlich, wenn das kein Headshot war! Schön, Bruder! Nice! Lass'n Geisel nehmen! Das ist die Prämmel mit dem Gegner gefahren! Geisel nehmen! Die Runde einsetzt in der Hand! Okay, dann gehen wir Tanke! Ginge, ja, dann geht das! Also wer ist da ganz nett! Schösslich! Schösslich, die Runde raus! Hing 1914! Lass'n Geisel nehmen! Hing 19! Also, es ist zu fuf! Er ist ein Ich bin ein Fremden auf der Berge. Ich hab nur seinen Bumpfaget gesehen. Was hab ich? Ich hab nur seinen Bumpfaget gesehen. Der hat gerade gestert. Nein, oder? Oh, süß! Nein, der ist hier! Man! Mann! Das ist ein Bumpfaget. Oh! Das wird nichts. Will ich mit dem holen? Ganz. Was ist das? Geht er weg, geht er weg, geht er weg. Geht weg. Komm rein, Bruder. Geht zu Wolf, geht zu Wolf, geht zu Wolf. Komm rein, ruf auf der Hände. Rehn ruf auf. Fünfzehn Sekunden. Kriegst du hier? Nein, das ist nichts. Nein, du hast den Entschärfer fallen gelassen. Nein, dieses Dropshot. Nein, ihr könnt mir alles erzählen, was ihr wollt. Aber das ist einfach zu geil, Alter. Ohne Witz. Das ist einfach zu geil, Alter. Nee, jemanden. Den Bio-Gefahrgutbehälter sichern. Das ist auch ein Leitender Gegner. Gegner neutralisiert, eigener Trupp erfolgreich.